Ok, Fischlinze, es geht weiter. Entschuldige bitte, dass ich nicht angemessen angezogen bin für den Kampf. Emily, oder? Emil, ja, Emily. Wieso Azuril? Durchbruch. Ja, Azuril ist cool. Kriegen wir bestimmt gute Erfahrungspunkte dafür. Level up. Vor der Pokéliga werde ich noch trainieren, Fischlinz, das habe ich euch schon gesagt. Und dann machen wir die Pokéliga. Aber erstmal zur Siegesstraße. So. Was? Was? Es hat überlebt? Ich trainiere auch in einer Pokémon Arena. Ich glaube nicht, dass das ein Spaziergang für dich wird. Cool. Cooler Move. Man. 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 Tierps. Wieso haben die immer schwache Pokémon für Schlinz? So können wir nicht trainieren. Was? Was ist das? Wir bekommen die Menschen hier? Oh, ich bin auch sehr. Nein, ich bin auch sehr. Wieso haben die Kommentare? Ich bin auch sehr. Ich bin auch sehr. Mann, Tags, endlich mal was brauchbares No level up, ok Meister Marinus, äh, Willenbrecher Marinus, ich habe sie enttäuscht Mein Traum ist es in der Region unter der Sonne im Meer zu schwimmen Vor dem Kampf, den ich durchatmen Aiden und Patricia Ja, war klar Ok, Sevective gegen Mary Und du Stahlflügel, na Spaß, mach mal Fliegen auf Wingull Level up Set in auf Entrum, Matchbombe Molot Spukball auf Wingull Und Nahkampf gegen Maulot Es hat's überlebt, nice Keine Neuigkeit, oder? Nein, Initiative sinkt Aber da musst du schon mehr machen, weil Gengar ist sehr schnell Und Maulot ziemlich langsam Wisst ihr was ich mache, eine nicht effektive Attacke ist das eh schon tot Pellifer, endlich mal, was brauchbares Den töten wir mit Sturzflugfischlins Ausflugfischlins Boom, Level up für Peepmods Einatmen, ausatmen Einatmen, ausatmen Wartet mal, Peepmods muss ich auch jetzt wechseln, dass er ein Level abbekommt So, und jetzt schön speichern Mantips Ich glaube wir haben einen Mantips gefangen Vielleicht erinnere ich mich falsch, wie Schrimz, aber Mantips gehören zu den Pokémon, die am schwierigsten zu fangen sind Das habe ich aber gesagt Okay Das wird jetzt schwer Boom Das ist sehr effektiv Sehr, sehr effektiv sogar Das war's, fertig Die Attacke ist einfach sehr effektiv für Schrimz und ich will das nicht riskieren Tentoxa Den haben wir auch nicht, by the way Erinnere ich mich mir gerade So, nochmal Akrobatik Beide kann es Beide kann es Komm schon Tentoxa gefangen Fischlins Yay Es besitzt 80 Tentakel, mit denen es seine Beute fest umschwingt und erst dann wieder loslässt, wenn es sie mit Gift geschwächt hat Nein Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin auch auf Reisen Okay, der hat wohl ein gutes Pokémon, Tentoxa Ich meine, es ist ein gutes Pokémon für Schrimz Nochmal Akrobatik Nochmal Akrobatik Ruben heißt er Du behältst die Oberhand Du behältst die Oberhand Du behältst die Oberhand Ich habe einen Tränen Wasser gefunden Renate Du behältst die Oberhand Du behältst die Oberhand Du behältst die Oberhand Du behältst die Oberhand Steigerungsschipp Los Das war Streamer in Renate Atvar 1. Mein Bedarf ist gedeckt. Wir nähern uns dem Ende des Videos Fischlins. Ich kam hier, um den Poker Liga mit eigenen Augen zu sehen. Dretto. Die Feuerattacken wurden jetzt extra geschwächt. Jetzt ist es schneller als ich. Aber trotzdem ist mein Pokémon schneller. Da fehlt nicht mehr viel. Das sieht jetzt brutal. Gastrodon ist jetzt schneller als ich, Fischlins. Aber ich kann meinen Angriff verstärken. Das war klar. Oh mein Gott, Fischlins. Marshock. Das sollte jetzt ein leichtes Fischlins sein. Ich bin schockiert. Nein, wirklich. Ich bin schockiert. Ja, Fischlins. Wir sind auch am Ende unseres Videos angelangt. Ich tausche erstmal eure Pokémon zu. Danke, dass ihr heute dabei wart. Vergesst nicht das Video mit euren Freunden zu teilen, falls es euch gefallen hat. Damit ihr mit uns und mit Antonio zusammen reisen könnt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Part Fischlins. Haut rein. Baaau.